Grüß euch, ich bin die Lisa Duschl, Business Developerin bei Earthstream Global in München. Aktuell bin ich auf der Suche nach freiberuflichen Spezialisten aus dem Bereich Technische Gebäudeausrüstung. Wenn ihr euch angesprochen fühlt, freue ich mich über eure Kontaktaufnahme, traut euch und ruft mich an oder schreibt mir eine E-Mail. Dann schauen wir gemeinsam, was ich für euch da kann.